Es macht KEIN SPAASS! Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ein weiteres Rage-Game. Ich habe vorhin Corrupted geguckt und dachte mir so, 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 dass ich das auch machen muss. Geht jetzt so hin, dass ihr mich seht. Man muss einfach diesen grünen Ball, ich kann hier bewegen, der rote Ball darf nirgends anstoßen, der grüne aber auch nicht. So, mit dem roten kann ich in die roten Dinger gehen und mit dem grünen kann ich die grünen Dinger berühren. Ja, okay, los geht's. Woop! Ist das einfach, ist das einfach. Ja, mit Space kann ich das ein bisschen schneller drehen lassen. Fickifucki, fickidi fuck. Das war so knapp. Das war schon ein bisschen knapp. Tastatur ein bisschen näher zu mir, ja, ganz klar, so kann ich das natürlich nicht. Also, wow, schwieriger als es aussieht. Schwieriger als es aussieht. Man denkt sich, Mensch, Killer, du Aff. Aber nee. Nee, ist gut. Das grüne kann ich durchfahren, testen wir mal. Ja, ja. Ein Checkpoint! Ich brauche ein Checkpoint! Na 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 Oh Gott, ich gucke nur nach dem roten und nicht nach dem grünen, das ist vielleicht just a little bit problem Okay, also hier kann ich ja mit dem roten durch Nächster checkpoint das ist einfach Quack quack ich weiß gar nicht was du hast I I can't I can't I can't I changed my pants Wuhuhuhu Huh? Achja Am aarr... Chill Bis jetzt ziemlich einfach Wuhuhuhu Gerade wenn man sich zurecht gelegt hat Mensch in Skinners! Verdamm' mich schon noch nie Oh Gott, ich hab das Fenster zu. Seht ihr das hinter mir? Hab das Fenster zu? Schreibt mal bitte kurz in die Comments. So einfach. Ja klar, als wenn... Ich mach's mal kurz vor. I need a hero. Oh, das war aber ganz schön knapp. Na, das will ich jetzt aber nochmal genau wissen. Okay. Bis jetzt ist es so e... Like an easy game, you know? This game is fucking easy. Ja. Ja, na gut. Fick! Ich dachte, da wär ein Checkpoint vielleicht. Dann wollt mich jetzt noch hindrücken. Na! Aber bis jetzt ist es so einfach, wisch? Oh. 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 Oh, so, so. Hey, Zack. I can't believe it. Hey. So... und... so. Da ist mein Elmold zu fett. Ah, 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 ah. So, dann so, 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 dann hier, 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 ja, 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 dann... Ist das einfach, ist das einfach, corrupted, ich weiß gar nicht, was da hascht. Hey, alter, äh, äh, nein, nicht da oben festhängen. Tolli, Schlombombel. General Schlombombes lag im Bett, da, 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 da. Ach, komm, das ist so tricky, easy, spacey, freaky. Jetzt hab ich Angst, dass ich hier falsch rum reinfahre. Na gut, man kann's doch direkt falsch machen. Man kann, man kann sich davor auch schon das Wein stellen. Alter, behindert bin ich eigentlich. Hey, boi! Alter, was hat mich da jetzt gerade gef... Man sollte das irgendwie durch so eine kleine Explosion oder sowas angezeigt bekommen, was einen da hittet. So, Peng, oh nein, this was an Explosion. You can't believe it, eh. Was? Boah, scheiße, ich darf nicht so schreien. Oh Gott, die Ausschläge da oben, euch fallen die Ohren ab. Sorry. Mach das halt wieder drauf, ich, äh, so... I'm just resting around. Okay, 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 wow, wow. Quack, quack, das ist schwieriger, wie so aussieht. Ja, Checkpoint, das ist so einfach, quack, quack, ich weiß nicht, was da ist. Na 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 na! Was?! Warum bin ich jetzt gerade eben gestorben? Oh Gott, ich schreie so rum, die Nachbarn denken noch, ich bin cool. Oh nein, das sollen die doch nicht denken, das sollen die wissen, dass ich cool bin. Bellchen, hey, wo gehst du hin? Das ist echt behämmert. It's just behind it, you know? It's just... Ach, so. Das ist so krass, das ist so krass! Was, wo, warum? Was hab ich jetzt gerade gefickt? Guckt euch jetzt mal, guckt euch mal ganz... Macht ihr mal Zeitlupe bei YouTube, man kann doch da... Okay, das war jetzt unten das Grüne, ich hab's gesehen. Ach so, ich bin so ein Dummkopf, ich bin so ein Dummkopf. Ich versuch mit dem Grün durchs Rote durchzufahren. Was für ein Schweinekind bin ich eigentlich? Kein Wunder, dass es zum Scheitern verurteilt ist hier. Hä? Hä? Was? Ich bin an's nie alleine gekommen! Mir fehlt hier voll die Musik, ich hab nichts, wo ich mitsingen kann oder so. Das ist so... das ist so traurig. Du weißt, das ist so traurig. Ach so, ach! Ich bin ein Kind! Ich werd noch verrückt! Ich hab von einigen gesagt bekommen, dass ich aufhören soll, Kaisio Mario zu spielen, aber DAS! Ist auch nicht schlecht. Dass ich nicht verrückt werde, ihr macht euch Sorgen um meinen Geisteszustand, aber hey! 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 Ich geh jetzt oben lang, das ist viel einfacher. Nee, ist das nicht. Auf einmal doch! Da-de-de-deh-da-da, da-de-da..., da-de-da, da-de ... tout uh... Westen worden ja noch... Was kostet der Alasش shell vor... Are ich Frontier darpothespiel? causes der Alas I like this, so is how about you?